Willkommen beim Geld. Die einen machen Lotto und hoffen, dass sie irgendwann doch noch ein grosser Los oder den Hauptpreis ziehen und reich werden. Seien wir ehrlich, das funktioniert meistens nicht. Die anderen sind fleissig, sparsam, diszipliniert und bauen sich systematisch über längere Zeit hinweg ein Vermögen auf. Das funktioniert schon viel eher. Tatsache ist, wohlhabend wird man nicht einfach nur durch Zufall oder in den wenigsten Fällen nur mit Glück. Eine robuste Basis für seine eigene Zukunft aufbauen kann man sich mittels einer systematischen Finanzplanung. Besonders wichtig ist diese auch für die Altersvorsorge, die die meisten Leute den grössten Teil von ihrem späteren Vermögen anhäufen und dazu beiträgt, dass man sich im Alter mehr leisten kann. Die Finanzplanung ist nicht nur etwas für die Reichen. Wer seine Lage verbessern will, braucht die erste Übersicht über seine finanzielle Situation. Auf dieser Grundlage kann man dann seine Ziele ins Auge fassen und diese Schritt um Schritt realisieren. Ich begrüsse jetzt den Reto Zaugeleiter, Pensionsplanung bei der Akrevis Bank. Sie machen Ihrem Berufsalltag täglich so Finanzplanungen. Wie funktioniert die genau? Neben dem Ehe-, Ehe- und Ehebrecht- und Steuerrecht sind weitere vier Komponenten sehr wichtig für unsere Kunden. Erstens eine umfassende Bestandesaufnahme mit dem Kunden zu stellen, eine sogenannte Eiss-Situation. Zweitens Wünsche und Ziele des Kunden zu erfassen. Drittens Erstellung einer Eiss-Situation. Und viertens einen umfassenden Massnahmenplan vor und nach der Erwerbstätigkeit. Für wen eignet sich dann so eine Finanzplanung? Für alle Erwachsene, für mich, für Sie. Man kann vielleicht zwei Alterskategorien unterscheiden. Ab Alter 20 ist die Risikovorsorge sehr wichtig. Das betrifft den Unfall, Krankheit und Tod. Idealerweise, so 45 bis 50, sollte man die Altersvorsorge verstärken, kombiniert mit einer umfassenden Finanzplanung. Oder, farblich dargestellt, wie bei mir, wenn die ersten grauen Haare wachsen würden, dann wäre es Zeit für eine umfassende Finanzplanung zu machen. Jetzt gibt es ja so eine Finanzplanung nicht gratis. Was kostet eine detaillierte Finanzplanung, die eben auch eine Vorsorgeplanung beinhaltet? Die Finanzplanung wird nach Kuvant verrechnet. Das heisst konkret etwa 2'000 Franken plus minus. Die erste Gesprächung ist kostenlos. Dank der Finanzplanung können wir dem Kunden doch eine bedeutende Mehrwert bieten. Und dank der Umzählungen optimierbarkeit natürlich auch erheblich sparen. Wie anfangs erwähnt von Ihnen, es gibt Leute, die gerne Lotto spielen. Woche vielleicht 10 Franken. Machen wir das Beispiel eine Finanzplanung für einen 50-jährigen Mann mit Erwerbstätigkeit von 15 Jahren. Aber pro Woche entspricht das nur 2.60 Franken pro Woche. Ein wichtiger Teil des Finanzplans ist auch der Aufbau der eigenen Altersvorsorge- und Pensionsplanung. Eine wichtige Rolle dabei spielt die steuerbegünstigte Säule 3 an und das Sparren mit Wertschriften. Geprüft wird auch die Optimierung der zweiten Säule und Nutzung von möglichen Steuersparmöglichkeiten. Chancen bieten für Versicherte mit einem höheren Lohn auch die sogenannten 1E-Vorsorgepläne. Sie geben den Versicherten mehr Freiheiten beim Anlegen vom Vorsorgegeld. Reto, was beinhaltet so 1E-Vorsorgepläne? Aktuell haben wir eine grosse Umverteilung in der Pensionskasse. Da werden Milliarden umverteilt. Fortschrittliche Arbeitgeber, ermöglichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in sogenannte 1E-Vorsorgepläne zu investieren. Ab einem Lohn im Bereich von 28.000 Franken und mehr. Aufgrund von Ihrem Anlegenprofil können Sie eine Auswahl von den Vorsorgeplänen selber wählen. Das heisst konkret, ein Arbeitnehmer mit aktuellen Aktienanteilen von 60% hat seit Anfang des Jahres eine Performance von 11,8%. Er kann von den steigenden Märkten vollumfänglich profitieren. Hingegen, jemand, der vielleicht eine Pensionskassenlösung hat mit einer Menschenverzinsung, im Bereich von 1% gibt es da nicht eine unerhebliche Differenz. Jetzt haben Sie ja nicht alle hohe Löhne, aber für alle eignet sich hingegen die dritte Säule, also die Säule 3A, die steuerbegünstigte Säule. Was raten Sie da? Sicher voll ausschöpfen, aber im Zusammenhang mit der zweiten Säule, dass man das optimiert mit der Finanzplanung, um so die Spitzen brechen von möglichen Einkommensschwankungen. Sie sehen viel in Ihrem Arbeitsalltag in die Finanzen. Was können die meisten Leute die Punkte der Finanzen besser machen? Der grosse Fehler wäre im Prinzip, dass man keine Finanzplanung macht. Da kann man viele Dinge optimieren. Oft wird die Ausgabenseite zu falsch kalkuliert, was einen erheblichen Einfluss auf das Alter hat. Ich empfehle jedem, der kurz vor Weihnachten steht, einem Lebenspartner eine Finanzplanung zu schenken. Danke vielmals, Reto Zaug. Viele träumen davon, doch nur die wenigsten können sich der Traum dann auch wirklich leisten. Eine Frühpensionierung. Damit man tatsächlich früher in die Pension gehen kann und sein Lebensstandard im Alter nicht stark einschränken muss, braucht es viel Geld. Die AV und die üblichen Pensionskassenrenten lagen dafür definitiv nicht. Man muss zusätzlich selber sparen. Im Geld zeigen wir es nächstes Mal, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit der Traum der Frühpensionierung nicht eine Illusion bleibt, sondern kann Realität werden.